Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie die Schubladen in Ihrem KTE Kühltische einbauen können. Setzen Sie zuerst die Schienen hinten in die Halterung und haken Sie sie vorne in die Halterung ein. Es kann sein, dass dies etwas Kraft erfordert. Sie können auch mit einem Hammer vorsichtig auf die Schienen klopfen, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie können jetzt die Schublade in die Schiene einsetzen. Fixieren Sie dann die Front der Schublade mit Hilfe der seitlichen Schrauben. Schwauben Sie dann die Sch precisely in Save." Sie werden Sievent Strasın in den Zwischen Bekten Sie da auf Ihren grades und Umwelt計amporte gelieft. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020